Funktion ab und ich weiß, wenn ich lnx ableite, bekomme ich 1 durch x. Und ich habe hier eine Kettenregel. Die innere Funktion ist das Gelbe, außen ist der ln, dieser Teil, der bleibt einfach so stehen. Das ist, wenn ich sowas habe, y gleich 17x², dann ist y' gleich 17. Der 17er bleibt mal 2x. Also f' von x gleich. Also 2 Drittel lasse ich stehen. Dann 1 durch, der Innere, das Gelbe, einfach stehen lassen. x² plus 1 mal und jetzt das Gelbe ableiten. x² plus 1 abgeleitet gibt 2x. Kann man auch ein bisschen schöner schreiben, aber eigentlich ist man schon fertig. So, da habe ich jetzt x² plus 1 und oben 2x. Oh ja, da kann ich noch ein 4er draus machen. So, genau, weil das ist ja hier so machen. Ja, wenn ich es so mache, muss ich es so machen. Ja, aber jetzt ist gut. All sehen. Vielen Dank.